Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem, ja zumindest klitzekleinen neuen Display hier bei den Spielkindern. Mit mir Dennis. Wir spielen Blockhood, beziehungsweise ich schaue es mir mal an. Es sieht nämlich von den Bildern her ganz interessant aus und deswegen habe ich den Herrn Sanchez, den Entwickler des Spiels, mal gefragt, ob ich einen Key haben kann. Er hat gesagt, na klar doch, schaue es dir an, zeige es den Leuten da draußen und genau das machen wir jetzt auch. Das ist noch in der Alpha, das könnt ihr als Early Access Spiel bei Steam kaufen, jetzt schon. Kostet auch nicht so viel, ich weiß nicht mehr genau, 10, 15 Euro. Ich habe ja wie gesagt den Key bekommen, also wenn ich mich jetzt nicht völlig überkritisch über das Spiel äußere, dann wisst ihr woran es liegt. Nämlich, dass das Spiel gut ist, ihr wisst ja, dass ich nicht bestechlich bin normalerweise. Genau, also wenn das jetzt total erschont ist, sage ich es auch, aber man soll ja nicht voreingenommen sein. Deswegen schauen wir es uns mal an und zumindest die Musik ist schon schön verträumt. Wir können ja mal kurz reinhören. Ja, hat was, finde ich. Ist nett, aber darum soll es ja hier nicht gehen, sondern um das Aufbauen einer gestapelten Blockstadt. Ich finde, das klingt auf jeden Fall mal interessant, aber da ich nicht weiß, was das hier überhaupt soll und was es ist, gehen wir mal aufs Tutorial, bevor ich mich hier mit Sandbox und also endlos spiele und so weiter beschäftige. Gucken wir erstmal, wie das funktioniert. Genau, machen wir mal, gucken wir erstmal rein. Also hierzu die erste Folge auf jeden Fall mal, vielleicht noch die zweite, je nachdem, ob es was taugt. Gucken wir mal. Tutorial 1, also das ist alles auf Englisch. Ich weiß nicht, ob man es in anderen Sprachen schon spielen kann, aber da das noch Early Access ist und glaube ich eine Person allein das entwickelt, nämlich dieser José Sanchez, der Entwickler, weiß ich nicht so genau, ob man da noch Deutsch erwarten kann. Wir sollen erstmal einen Block machen, hier, Create, ein Elevator. Okay, also wir brauchen zuerst mal einen Fahrstuhl. Kann ich zoomen? Ja. Ich kann zoomen und scrollen mit den üblichen Tasten, so WASD oder Pfeiltasten. Pfeiltasten geht sogar nicht mehr, WASD ist Drehen und Hoch-Runter und ja, okay. Wollen wir erstmal einen Fahrstuhl. Gedrückt halten, Fahrstuhl gebaut. Also mit dem Mausrad kann ich auch näher ran. Okay, Delete. Oh, und alles geschafft. Well done. Es war ein komplexes Tutorial. Block gebaut und wieder abgerissen. Maus wheel, awesome, now click on the rotate icon, zack. Das kann man aber auch mit W und S machen, äh, W und A machen. W on the keyboard, ja, und zurück und ja, okay. Guck mal, wie schön schnell das hier geht. Das ist ja alles keine Aufgabe. Mh, Ressourcenproduktion. Äh, blub, blub, blub. Select the solar panel created on the terrain. Okay. Solar panel. This is a solar panel. This panel doesn't need access to produce resources. Okay, also das kann man irgendwo hinsetzen, zum Beispiel wahrscheinlich auf dem Dach oder so. Wie sich das für, äh, Solarzellen gehört. Nice. Open the resources panel here. We see available resources. Wo ist es denn? Hier unten links. Ist eigentlich ganz gut gemacht, das Tutorial bisher. Äh, wir haben Elektrizität, ähm, hier so eine kleine Produktion und wir haben, äh, Geld. Gut, gut, sowas gibt's also. Und ein Achievement, ein In-Game-Achievement bekommen. Ja. Nächstes Tutorial. Ah, ich bin richtig gut in dem Spiel. Ich glaube, ich werde das, äh, rulen. Ich werde da der, der Beste in diesem Spiel. Gut, äh, was haben wir hier? Äh, Verfall heißt das. Decay, wer es nicht kennt. Drei, äh, drei Bäume und dann schauen wir mal, was passiert. Die sehen ja hübsch aus. Ein Baum, zwei Baum, drei Baum. Das ist übrigens der Plural von Baum, ist Baum. Das wissen viele gar nicht. Oh, ich kann die Bäume auch drehen, übrigens mit, äh, mit E geht das. Äh, let's go into Inspection Mode. Das ist das hier. Great, if you hover, äh, over the block, you will see. Inputs and outputs, our trees don't have any water. A block only produced outputs if it has inputs, otherwise it decays. Also, Sachen verfallen, wenn sie nicht die richtigen, äh, Input bekommen. Also, wenn nichts geliefert wird an Ressourcen, sozusagen. Ähm, so. Ja, den Bäumen geht's eher so mittel. Die haben, äh, green producing resources, red not producing resources. Okay, also produziert nicht so viel. Needs access, the resource of the block, change based on the seasons. Ja, klar, ist ja auch ein, äh, Baum. So, was soll ich jetzt machen? Data visualization. Was ist das? Decay rate. Okay, guck mal, also die beiden, äh, verfallen schneller als der da hinten. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie alle drei gleich scheiße. Be careful. Be careful. Okay. Äh, well done. Ja, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was ich, wie ich die Bäume dazu bringe, zu überleben. Das ist ja, äh, schließlich die wichtigere Aufgabe, als zu wissen, wie ich das Menü wieder schließe. Ähm, okay, jetzt muss ich, äh, gucken, ob ich einen Block finde, der, äh, Wasser produziert. Und, hm, warte mal, look into the inventory. Das ist create. Ne, wo ist denn das inventory? Das sagt er mir jetzt wieder nicht hier, ne? Inspect. Delete. Pause. Wo ist denn das Inventar? Production. Organics. Buildings. Ein Brunnen, da. Also das hier ist das Inventory. Okay, verstehe. Well. Well, well, well. Na gut, dann bauen wir mal einen Brunnen. Äh, so, jetzt gucken wir mal. Ah, guck mal hier. Ressourcen. Können ja mal auf den, äh, Brunnen inspizieren. Guck mal, da produziert er, da füllt sich jetzt die Leiste. Und immer wenn sie voll ist, kriege ich ein Wasser in mein Inventar. Und links müsste jetzt gleich eine 2 stehen. Ja. Funktioniert doch. So, wir sollen warten, bis ich 3 Wasser habe. Also dann gehend ist es sowas wie, eine normale Wirtschaftssimulation. Zumindest was das angeht. Äh, jetzt können wir Bäume da hinsetzen. Machen wir das doch. So. Zack. Und die müssten jetzt dann an sich Wasser haben. Äh, try to produce fresh air. Fresh air ist also auch eine Sache, die man produziert. Äh, okay. Füllt sich also auf. Ich hab, kriegt 1,5 Wasser rein. Und, äh, zwei fresh air raus. Also frische Luft. Ähm, damit haben wir wieder ein Tutorial geschafft. Ich finde es eigentlich ganz nett so. Es ist ein relativ gut übersichtliches, gut zu überblickendes Wirtschaftsstrategiespiel so ein bisschen bisher. Und die Optik ist natürlich auch so modern und hübsch. Sieht ehrlich gesagt ein bisschen mehr, äh, jetzt auf den ersten Blick aus wie so ein, so ein iPad-Spiel oder sowas. Ja, also, das hat was von diesem Monument Valley, wenn euch das was sagt. Das ist ja so ein Mobile-Spiel, was, ähm, ganz, ganz hübsch aussieht. So, äh, well in the center of the terrain. Okay, machen wir. Well, well, well. Das werde ich immer sagen, wenn ich einen Brunnen baue. Das ist ein alter Geologenwitz. Wir lernen ja im Studium, wie man Brunnen baut. Ich meine, das ist Teil unserer Ausbildung bei uns Geologen. Und da ist immer dieses, äh, well, well, well. Ist irgendwie, keine Ahnung. Naja, ist so ein Running Gag. Great. Now go to data modes. I do. Äh, was ist das? Access Data. Notice that the well is pink. This means the well is not accessible. Try creating corridors between the well and the edge. Aha. Also, ich muss sozusagen eine, eine, eine Straße bauen. Nur die Frage ist halt, wohin, ne? Also jetzt in diesem Fall zum Rand der Karte. Aber ist das immer so? Hm. Okay, jetzt ist er accessible. Jetzt, ähm, müssen wir mal warten, bis wir zwei Wasser haben. Oh, ich verliere aber Geld, weil wahrscheinlich kostet die Produktion mich Geld oder so. Also, vielleicht kostet das Ding, äh, in der Produktion was. You can try rotating a block by going to its way once you are highlighting a block plus press error. Okay. Press error. Gemacht. Wunderbar. Okay, also das kann man auch machen. Das ist wie bei Factorio, wer das Let's Play gesehen hat. Ähm, das war, lief ja bis letzte Woche hier. Bei uns, da hab ich, äh, Factorio gespielt. Und da konnte man auch mit, ähm, mit R nochmal die Sachen drehen, wenn man sie schon gebaut hatte. Wer es noch nicht gesehen hat, um ihn reinschauen. Das hat echt Spaß gemacht. Gibt's knapp 25 Folgen von. Also, da gibt's ordentlich zu gucken. Die waren auch fast alle 30 Minuten lang ungefähr. Ähm, so, jetzt sollen wir mal ein kleines Apartment bauen hier. Also, ich muss offensichtlich auch für Housing sorgen, dass die Leute irgendwo wohnen können. Das ist ja wirklich ein sehr kleines Apartment. Also, ich weiß nicht, wie groß eure Wohnung ist, aber ich wohne mitten in Berlin. Das heißt, die meinte ist auch nicht größer. Äh, inspect mode, äh, great. Hover over the apartment you created and you will see a red arrow. Das ist der da links mitten im Bild. This is the access point of the block where the apartment has a door. Also, auf der anderen Seite, wo ich jetzt gerade nicht hingucke. Ich kann nicht da ja mal die Map drehen. Ne, geht das? Doch, hier. Da ist die Tür. Äh, you will need to provide access to this block through, ähm, this orientation. Äh, so, wir müssen den so lange, ähm, drehen. Äh, okay, guck mal. So, da dreht er sich mit. Dann müssen wir wieder einen Korridor bauen. Diesmal bauen wir einen mit so Streben, damit wir vielleicht dann noch eine Etage drüber bauen können oder so. Keine Ahnung warum. Äh, so. In two directions check, inspect mode, rotate the corridors by pressing R to see how they connect and disconnect based on orientation. Also, ich kann jetzt die Korridore noch drehen und dann sieht man, ah, jetzt funktioniert es nicht mehr, weil man kommt da ja nicht mehr durch. Okay, verstehe. Gut, äh, wir haben es bald geschafft. Die Tutorials liegen bald hinter uns. Ähm, Tutorial 8, Ökologie. Äh, wir müssen frische Luft produzieren. Ähm, und, äh, einen Brunnen. Ähm, genau. Und dann müssen wir das alles irgendwie zusammenpappen. Okay. Was ist das? Ein Wasserturm. Eine Windmühle. Das ist a Water Tower. Das ist a Well. Die Erklärung, die da steht, sie da so. Das ist a Windmill. Das Mille doesn't need access to produce resources. Nein, das ist ja schon mal wichtig. So. Mauen wir mal hier einen Brunnen. Dann muss der jetzt erstmal, äh, accessible sein. So. Äh, mal kurz gucken, ob das so passt. Ja, der ist zumindest in die Richtung da accessible. Das heißt, der produziert Wasser. Äh, jetzt frische Luft. Bauen wir mal vielleicht ein paar Bäume. So, machen wir mal zwei. Weil ich nicht weiß, ob ich mehr Bäume brauche. Und müssen die zugänglich sein? Was ist das hier? Green producing, not producing. Aber warum, warum nicht? Müssen die auch, äh, einen Zugang haben? Das kann ich ja mal hier ausprobieren. Ne, das hat nix verändert. Produziere ich denn frische Luft? Nicht so richtig, ne? Aber genug Wasser habe ich eigentlich. Ähm. Was ist denn, wenn ich, wenn jetzt der Block hier auch noch accessible ist? Hm. Hm, 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 hm. So, das funktioniert immer noch nicht. Also irgendwie, irgendwas mache ich falsch. Money, greenhouse, gas, äh, be careful, some resource might have negative. Fresh air. Hm. Aber ich habe doch, ich baue doch, ich mache doch jetzt nichts anderes als eben, oder? Mit Rechtsklick kann ich die Sachen übrigens auch drehen. Fällt mir gerade auf. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe genug Wasser. Ich produziere Wasser. Aber irgendwie scheine ich... Kann ja mal hier noch Strom produzieren. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Offensichtlich nicht. Hm. Was ist denn mit dem Baum? Funktioniert der anders? Auch nicht, ne? Der ist auch nicht accessible. Das ist doch jetzt an sich, ist das doch jetzt hier alles zugänglich, oder? Weil die Wege hier sind ja in alle Richtungen, bieten die ja Zugang. Also, guck mal, der funktioniert irgendwie. Nur der Baum hier, die Bäume halt hier nicht. Finde ich komisch. Na gut, aber dann haben wir ja den Baum hier. Das Einzige, was jetzt flöten geht, Geld. Wahrscheinlich kann man das erzeugen, indem man Bewohner einziehen lässt. Also Wohnungen baut. Ich kann das ja mal probieren, was hier passiert, wenn ich sowas mache. Kann ja mal hier so ein Haus, so ein Zimmer bauen, Apartment. So. Ist das jetzt zugänglich? Das sollte zugänglich sein, oder? Okay, das produziert nichts, weil... Also ich produziere Arbeitskraft. Keine Ahnung. You have completed tutorial. Blockhood is all about ecology and interdependence. Also Abhängigkeit. Okay, nächstes Tutorial. Das waren jetzt die Basic-Tutorials, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zu den etwas tiefer gehenden. Okay, manche Blocks erlauben den Bau von Blocks auf ihnen drauf, also übereinander. Ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen, alles zu stapeln. Ähm... Zwei Apartments übereinander. Okay. Zwei Apartments übereinander. Äh... Ein Apartment. Zwei Apartment. War nicht so schwer. Ähm... Da, 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 da. So, Upper Apartment is not accessible. Data. Und das war die Zugang, ne? Ja. Das geht leider nicht. Ähm... Genau, wir brauchen einen Fahrstuhl. Den bauen wir mal hier. Und da muss man natürlich auch noch eine zweite Etage haben, weil sonst bringt das ja nichts. So. Und jetzt bauen wir mal noch Wege von den Fahrstühlen. Äh... Und dann haben wir nämlich auch schon das nächste Tutorial abgeschlossen. Genau, weil jetzt können die Leute hier unten in den Fahrstuhl reingehen, können, äh... fahren und dann da in ihr Apartment. Das war nicht so schwer. Nächstes Tutorial. Wir lernen das jetzt hier alles. Kommt... Ihr kommt doch mit auf die Reise, oder? Ich meine... Man muss doch... Man muss da auch mal ein bisschen erstmal was lernen. Man muss erstmal gehen, bevor man rennen kann. Ähm... Try creating a corridor. Set device the terrain into. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwer. Machen wir das doch. Warum auch immer das notwendig sein sollte. Das Spiel wird es schon wissen. Ähm... Kleines Apartment soll ich bauen. Was ist das? Factory. Oh, nice. Manchmal kann man irgendwie die Map nicht drehen. Das finde ich ein bisschen... ein bisschen komisch. Äh... Dense tree adjacent to the small apartment. Vielleicht lag es an der Art des Baums, oder was? Vorhin, dass das nicht funktioniert hat. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Äh... Äh... Blue Arrow appears telling you that the synergy of the small apartments has increased. You can hover over the block in inspection mode. Ähm... Notice, äh... Notice, äh... In the block info box that synergy is now plus 1. This will give you a 10% increase of output. Now build a factory also adjacent to the small flat. Also, für alle, die es nicht verstanden haben, wenn ich sowas Schönes wie einen Baum direkt neben, äh... eine... ein Apartment baue, dann, ähm... erhöht sich die Produktion des Apartments, also wahrscheinlich der Output an Arbeitskraft normalerweise genau hier. Normalerweise war Arbeitskraft, glaube ich, 0,15 bei einem Apartment. Jetzt ist es 0,17. So. Also ein bisschen erhöht, 10% ungefähr, haben sie ja auch gesagt. Äh... Ich sehe leider nicht, wo die Tür ist bei dem Ding. Da in die Richtung, oder was? Ich soll jetzt eine Fabrik hier auf der anderen Seite bauen. Und da verringert sich wieder die Synergie, also das Zusammenspiel, das Zusammenwirken. Äh... Sogar stark. Äh... Notice the red arrow telling the negative synergy. However, small apartment is here synergy again. Äh... Hover over it. Genau. Ähm... Synergie steht da... Minus 2. Also es ist richtig schlecht. Äh... Babababababababab... Genau, damit kann man seine Produktion erhöhen. Äh... Wenn man darauf richtig achtet. Also zum Beispiel eine Fabrik direkt neben Häuser bauen, neben Wohnungen. Das ist ja auch bei Simcity oder City Skylines jetzt nicht die beste Idee. Macht man hier also auch nicht. Nächstes Tutorial. Yay. Wir kriegen die heute noch alle durchgeratzt hier. Naja, wahrscheinlich nicht. Öh? Warst du es schon? What? Waren sie das echt? Krass. Zehn Tutorials gab es. So, was gibt es denn jetzt hier noch? Es gibt Challenge-Modes, it's all about the water. Also ich denke mal, das ist so ein bisschen sowas wie zum Lernen, so eine Art Kampagne, wo es halt immer so leichte Aufgaben gibt. Ich denke mal, da werden wir uns dann jetzt mal nächste Folge ranwagen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und lasst vielleicht uns ein Like da. Auf jeden Fall einen Kommentar, wie ihr das findet, ob ihr da vielleicht noch ein, zwei Folgen sehen wollt oder noch mehr. Und ihr könnt ja auch dem Jose Sanchez mal bei Steam den Gefallen tun und euch das Spiel wenigstens mal angucken. Ihr müsst es ja nicht kaufen, aber wenn ihr Lust habt, es zu kaufen, freut er sich bestimmt. Ansonsten ist das auch ein Spiel, ist im Early Access, man kann auch erst mal abwarten. Das ist ja immer möglich, dafür ist ja das Alpha-Zugangs-Ding da. Ihr könnt euch das bei uns angucken, wenn es euch jetzt schon gefällt, schlagt zu. Wenn nicht, dann wartet halt ab, bis es irgendwann fertig ist. Die entwickeln da, glaube ich, recht fleißig dran. Also ich glaube nicht, dass das so eine Karteileiche wird bei Steam. Da kommt bestimmt noch ein schönes, fertiges Spiel dabei raus. Ob es wirklich schön ist, sehen wir dann ab der nächsten Folge. Bisher gefällt es mir gut. Ich mag die Optik, ich mag den Stil. Nächstes Mal schauen wir mal, ob es auch spielerisch noch ein bisschen mehr Inhalt hat als das Tutorial. Aber ja, ist nicht unrealistisch, ne? Gut, Leute. Ich kann euch nicht gute Nacht und gute Schlacht wünschen, weil ganz ehrlich, das hier ist so friedlich und lieb. Da gibt es keine Schlachten und keine Gewalt. Also, bis zum nächsten Mal.